Ich habe da ganz bestimmte Informationen, verstehen Sie? Da sind ein paar Dinge ans Licht gekommen. Und haben Sie schon mal daran gedacht, dass anstatt hier rumzuschreien und nie die Schuld zu geben, ach, sehen Sie sich die Scheiße doch mal genauer an. Es könnte doch möglich sein, das Ganze ist viel komplexer. Ich meine, das Ganze ist möglicherweise, ist es gar nicht so einfach. Verstehen Sie? Ich werde Ihnen sagen, was ich für einen Blödsinn labere. Ich habe Informationen, Mann. Die ganze Scheiße kommt ans Tageslicht. Und, 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 Scheiße, Mann. Die hat sich selbst gekidnappt. Äh, verstehen Sie? Natürlich, Mann. Das Ganze ist doch völlig klar. Eine blutjunge, affengeile Braut, um mal in der Sprache unserer Zeit zu bleiben. Sie hat überall in der Stadt Schulden. Sogar bei bekannten Pornofilmen. Und das ist ja auch okay. Das ist okay. Okay. Äh, was ich damit sagen will, die braucht Geld. Mann, und, und natürlich werden Sie sagen, dass das Geld nicht da ist. Ich meine, ist doch klar, die will mehr. Mann, die Torte muss den Motor am Laufen halten. Dann Come und playoffsen. Wie ist das? Wie ist es? Ich weiß. Ich weiß. Wie ist das?